Freunde willkommen zurück zu Bioshock wir sind hier mit einem Gefecht ich weiß nicht ob ich viel Zeit habe hier für eine Anmoderation ich werde hier dauernd angegriffen wir sind auf Comstocks Luftschiff und ich weiß nicht ob das gleich der Endkampf wird oder ähnliches aber auf jeden fall kommen hier dauernd so Mopeds eingelaufen so dann muss ich gerade mal schauen was ist das für ein Gewehr hey so okay ich weiß auch nicht wo Elisabeth gerade ist ich glaube ich gehe mal einfach hier oder kann man auch noch hoch der Munition danke da ist doch Elisabeth ich hab's schon vermisst so drei auf einmal damit auf die oberen Decks gelangt ja ich mache das sofort ich möchte nur gerade gucken gut was soll ich machen ach so die die Dinger müssen wegpacken aber ja das sind alles Kampfmaschinen hallo ich möchte hier etwas drücken kann ich hier nichts drücken ah alles klar so wollen wir sie frei ich habe die Saat des Feuers gesehen die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird aber ich werde das Banner den Berg hin auftragen diese aufgabe obliegt dir Elisabeth sie obliegt dir ja ja so wo müssen wir lang die Skylar ist Freiburger die Skylar ist Freiburger komm mit auf einer Seite unseres Lams stehlt der falsche Hirte auf der anderen die Überreste der gottesschwesterlichen was Hockoli wer von euch Männern kehrt nicht freudig ein zu Gott damit sie ihr Schicksal erfüllen kann hier freut euch freut euch der Tod hat keine Schocken Achtung gut da war doch noch einer Dich mach mich fertig gar nichts machst du so ich habe hier irgendwo Ausrüstung gesehen gut versteckt ach nee das ist eine Truhe so kann ich hier rein nein gut dann hier kann man ein Schloss knacken ich würde mich gerne noch umsehen vielleicht gibt es hier noch was zu holen ein bisschen Salz und Gegröße nö wahrscheinlich nicht wo muss ich denn genau hin da hoch dann knack das doch mal bitte was ist denn das Engineering ok Maschinenraum sozusagen versuchen wir es mal auch da oben ah ok oh ah ist das sowas wie eine Werkstatt hier werden diese Fächer gebaut ist ja irgendwas interessantes für mich dabei komm schon komm schon komm schon irgendwas interessantes komm schon unsere Vorrichtung zeigt uns dass das Mädchen die Flamme ist die die Welt entflammen wird mein Bruder sagt wir müssen das was wir getan haben ungeschehen machen aber die Zeit gleicht eher einem Ozean als einem Fluss warum versuchen eine Flut zu erzeugen die doch nur wieder abeppen wird immer ist das Mädchen alles gewesen Mensch immer auf die Kleinen oh das Gewehr nehme ich natürlich mit so dann lass uns mal da hoch gehen gucken gucken wir mal die Steuerung schaffen wir die Kapseln für den Stecken oh das sind ganz schön viele was hast du oh sie versteckt sich wenn sie sich versteckt kommen welche oh oh ich hab Zeit ok sie kommen hier hier steht die Blutung wer darf? perfekt getimed das zieht sich ganz schön tönen sie alle blut verbunden schnell hoch schnell hoch es mag sein dass ich sie besiege David aber sie hatten immer schon einen Hand zur Selbstzerstörung wer weiß vielleicht kommen sie mir ja zuvor müssen wir da rein Fräulein ah ja mitkommen wir müssen da rein was? das übernehme ich selbst nein ich komme mit gut dann komm mit warte dann sehen wir diesen Comstock endlich ui ok das ist die andere Seite das heißt wir müssen hier rüber hier stehen noch Kräfte rum haben wir schon mal gesehen ne? ist die Frage wir nehmen den Karabiner ne? den Karabiner ne ich würde aber gerne den und den Granatwerfer so genau so 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 Momentum! Okay, ich habe keine Granaten mehr. Jetzt brauche ich was anderes. Dafür habe ich einen Schadens-Upgrade gekauft, ne? Also das Ding ist jetzt schon heftig. Ab am Kopf! So! Au! Au! Ausweiden bitte, sowas machen wir nicht. So, Raketenwerfer sind Geschichte. Wo ist der Rest von euch? Okay. Oh, hier guck mal. Hier müssen wir noch mal schauen. Hier gibt es noch mal die ganzen Boosts, ne? Welche habe ich denn jetzt? Ich habe... Das bringt ja gar nichts mehr. Also habe ich ja eigentlich nichts mehr, ne? Vielleicht finden wir noch einen Raketenwerfer. Dann nehmen wir das mal. Vielleicht finden wir aber auch gar nichts. So, Kohle ist alle. Wir gehen hoch. Tschüss! Du willst einen Tisch machen, falscher Hirte. Aber hier läuft die Zeit rückwärts, ehe du Erlösung findest. Manche Sünden können nicht vergeben werden. Will ich doch gar nicht. Ich will dich doch nur mal kurz lang machen. Morgen! Hä? Das ist mein Turm. Was ist das? Der Siphon? Ich hab das da gesehen. Ich hörte dich von oben singen. Und die Maschine erwachte zum Leben. Und dann im Grab meiner Mutter war eine kleinere. Sie hat mich ausgesaugt. Vielleicht kann ich deshalb nicht... Was? Als ich klein war, konnte ich nicht nur Risse öffnen, sondern sogar neue erschaffen. Überall hin, wo ich hin wollte. Aber in dem Turm? Ja, ich bin gleich bei dir. Was? Mach mal auf hier. Kannst du das aufmachen? Geh weg. Ich bring's zu Ende. Bukka? Nein, das geht nur ihm und mich was an. Du tapst in eine Falle. Ich muss das tun. Da ist er. Komm, ich beiße nicht. Was bist du groß geworden? Sag's mir. Was bin ich? Sieh dich an, wie du aussiehst. Hey, lass sie los. Elizabeth, ich habe alles nur zu deiner Sicherheit getan. Sicherheit? Wovor? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Doch der Erzengel sprach auch. Hüte dich, Prophet. Hüte dich vor dem falschen Hirten Bukka Devit. Wie eine Wand wird er stehen zwischen ihr und ihrem Schicksal. Warum? Devit, ich bin ein Narr. Mächtige Armeen habe ich gegen sie geschickt. Feuer habe ich auf sie niederregnen lassen, nur um sie von ihr fernzuhalten. Dabei hätte ich ihr nur die Wahrheit sagen müssen. Frag ihn, Kind. Frag ihn, was mit deinem Finger ist. Frag Devit! Lassen Sie mich! Los! Frag den falschen Hirten! Sie ist deine Tochter, du Dreckskerl! Und du hast sie im Stich gelassen! War's das wert? Hast du gekriegt, was du wolltest? Frag Schnee! Raus damit! Es... ist... vollbracht. Nichts ist vollbracht! Bukka! Schneidet ihr den Finger ab und schiebt es auf mich! Bukka, hör auf! Du hast ihn getötet. Was hat er gemeint? Hä? Sag mir, was er gemeint hat mit meinem Finger! Keine Ahnung. Ich dachte, du bist damit geboren, ich weiß nicht. Deine Nase. Sie blutet. Was? Elisabeth, ich schwere dir, ich weiß nicht, was ihr damit gemeint hat. Ach doch. Du erinnerst dich nur nicht daran. Nein. Ich beweise es dir. Wir zerstören den Siphon. Die Antwort liegt hinter einer deiner Türen. Du musst sie nur öffnen. Den Siphon zerstören? Das ist der ganze Turmbucker! Wie sollen wir das machen? Keine Ahnung. Ich lass mir unterwegs was einfallen. Auweia! Auweia! Ich dachte, es gibt jetzt einen üblen, üblen, üblen Bosskampf, aber... Einfach mal so. In der Hand, äh... Schüssel. Hm. Na gut. Okay. Dann eben so. So. Wo ist denn hier eine Steuerung? Hm? Mach mal auf. Mach mal bitte auf. Bridge. Bridge. Alles klar. Hui. Hui. Schick. Oh. Was da alles so funkelt an Zeug, glaube ich, da wird es noch einen Kampf geben, ne? So, dann machen wir mal. Käfig. Käfig. Käfig, was hat das... Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig. Jaula. Gabia. Cage. Cage! Käfig auf Englisch! Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist. Bucca? Sie sagten, sie wüssten, was kommt. Bucca! Hast du das vorher gesehen, alter Lange? Wir müssen uns bereiten. Ich glaube, die Leute kommt. Der Herr. Du setzt deine Tochter nicht auf den Tor. Wir schicken sie ins Grab. Wir müssen ihn ansingen. Ihn ansingen. Er ist ja mit Hörer. Geh. Es wird uns nicht so, Bucca. Ein Lied. Geh. Oh weia. Es ist ja gut. Ich bin hier. Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein, ein letztes Mal? Aber lass mich dabei in Ruhe. Los. 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 Bucca. Er hilft uns. Wir können ihn gegen die Voxflotte einsetzen. Raketen. Okay. Wie können wir ihn einsetzen? Was? Du kannst jetzt Songblatt befeuern. Final 9. Was? Ziele auf Beliebe. Und halte F gedrückt. Das Kampfseite. Bucca. Sag selber, wo er ihn ist. Bucca. Bucca. Geh zu dir helfen. Die Vox. Wir brauchen das Ding um nach Monument Island zu kommen. Ruhm. Polizio. Hier. Hier. Bitte. Was vor euch liegt, alles nachgegangen ist. Das ist völlig fertig. Bucca. Kampfschiffe. Achtung. Was finale. Hallo, Songbird. Ich glaube für den properen Bruder. Der Transporter Booker. Na dann. Schon dabei. Schneid mir das Herz aus. Hallo, Songbird. Los. Kommt. Er ist bereit, Vox. Kur. Er ist bereit, Vox. Gut. Schalt das Kampfschäfer aus. Gar. Mach. Schalt das Kampfschäfer aus. Vill. wszerer кто hin. großen transporter wir brauchen dich aber ja das ist das ist heftig aufhören ja wo ist ein schiff gibt es ein schiff oder den song berthin ja dann holst du dich doch song berthin von ihm runter Das war's für heute. Wo soll ich ihn hinschicken? Auf das Kampfstück! So, wie geht's weiter? Was war das denn? Auweia, ist auch egal, wir müssen die Folge tauschen, äh, wechseln, äh, Folgenkarte. Bis zum nächsten Mal, tschüss! Bis zum nächsten Mal, tschüss! Bis zum nächsten Mal, tschüss!